ja neues projekt brote oder brötchen baguette also hier erst mal ein auf back baguette streichkäse pikante und mädwurst so dann fange ich mal an weiter geht's was jetzt wichtig und richtig ist bei dem streichkäse hier ihr müsst 15 mal nach links streichen 15 mal mit der mädwurst machen wir das dann zehn mal nach rechts also 15 10 so habe fertig deckel drauf malzeit